Nächste Anfrage möglich, was ist das für ein Scheißmechaniker, dem zahlt man jeden Tag 75 Dollar, so fällt euch nicht einmal Multimilliardär in einer Minuten, ja? Und dann bringt er dann hier ein Auto vorbei. Ich kann einmal so ein Schrottkiel wie da hinten fahren und... Hey Johnny, mehr jetzt mit mir Auto zerstören spielen. Leben, ich weiß nicht, Lukas, ich mach jetzt mit dem Johnny das, was wir letztes Mal mit deinem Auto gemacht haben, man weiß. Zukunft. Auch, auch. Erzähl bald. Wo uns sind es jetzt? Da ist der VerbundstreArt mit Kleines. Dass ist, auch, wer ist die Platz, auch der Platz, meine da aufbo Jagd was weiß. das Foto ist mit uns Schott die umeinander dann stehen die Leitungen das leichter haben und die Ruhigste ist wirst und ständig die Schwulen wo man mit Leidung Stützmann mehr Autoschefs Gleisung die Kolben No No auch drüben die Zander die um wenn sie uns in den Spielen ist kurz von Bläernis ja es bei uns die 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 den jahre und du musst es in der Einzelnen zu stehen das auch das drückt schon ziehen zentritt der Bannschläger schau Oh, äh... Naja, du stehst auf der Brücke über mir Ja, richtig, ja, ja Ich sehe wie der 1 ist gestorben Hallo, du hast aber auf der Auto aufpasst Ja, danke, super Nein? Keine gute Idee Ok, ich kaufe mir jetzt den scheiß Peni mal schnell Aber erst wenn er für dich ist mit seiner Rache geht Wow Ja, wie fortsetzt denn mit deinem Auto? Weißt du, es kennen dann so Informationen irgendwie über Skype Wie wusstest du, dass es unmöglich ist, mit offenen Augen zu niesen? Das sind so die Top-Informationen, die jeden interessieren Mechanisch, ja Ich bin ja auch schon Ich bin ja auch schon Ja, du bist ja witzig, du bist kein E-Macher, ich hab ganz Dream Show-Ford Ja, du bist ja witzig, du bist kein E-Macher, ich hab ganz Dream Show-Ford Ich hab zusammengefragt von so scheiß Zivilisten Wie viele hast du denn das Team? Ähm Hitbox.tv slash Xenoid slash Xenoid slash Werwolf2565 Oder Xenoid Werwolf Ich hab jetzt alle beide auf einmal serviert Hashtag Beta Witzig 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 du gehst 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 du ciao ich wollte gerade im stream schauen aber ich glaube das der test gar nichts nieuw wird konnte sein doch doch aber lukas dein mikrofon ist nicht dabei ähm das ist gewollt gewesen weil ich hab eigentlich erwartet dass jetzt keiner zu schaut und das war jetzt bloß einmal kurz zum testen das habe ich jetzt kurz um ausgeschöpft wird die ganze zeit wer also die haben auf jeden fall nicht im stream jetzt hört man mich an aber ich weiß nicht was die das verhältnis zu ingame und zu meinem mikrofon das weiß ich nicht das ist voll scheiße auf mal ist es Pause vom stream und da ist mein Sound unmuted drauf du hast einfach zu viele Hotkeys, so viele Hotkeys braucht man ja nicht einmal au es haben sie wieder beide gemutet sie lauschen jetzt meinem stream ja also es könnte im allgemeinen äusser bisschen lauter sein ich habe jetzt eine volle Lautstärke aufgeteilt gehabt aber es war sehr leise ingame geht nicht lauter ich habe einen Multiplikator mal herstellen ja warte kurz ich muss zuerst mal meine Bullerinos loswerden auf was soll ich denn den machen, den Multiplikator? was hast du denn bis jetzt? eins bei beides ja dann machst du einen Mikrofon Multiplikator auf drei und das andere auf zwei ok also Desktop Multiplikator auf zwei ich muss jetzt den Stream rein starten? ich glaube nicht ich glaube nicht ne ja oh Gott dann habe ich das jetzt gemacht dann sollten wir das jetzt gleich hören ja das kann schon sein aber wie fährt jetzt gerade dazu weil du Arschloch bist das stimmt ja mhm und das weiß ich ja ja nächster Antrag in zwölf Sekunden äh äh schlecht äh ich steh da liegt ein Fallschirm auf dem Gehweg ok den nehmen wir jetzt einmal und ich kann ihn nicht mehr weil ihn jemand ausgezogen hat nein 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 das ist ein Fallschirm Item das ist ein Draht bloß ich habe schon einen deswegen wahrscheinlich achso man lässt der Colt mir die ganze Zeit so ätzend lol ich habe gerade meinen Centaur noch als Sprungschanzen benutzt mit dem Motorrad das funktioniert gut das ist aber die das ist aber die ich weiß nicht wie du Ralf Bär sagst hilft da äh keine Ahnung was nein das ist die Principe Nemesis irgendwas Principe Nemesis oh strange ich hoffe die Zahn ja die 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 Untertitelung. BR 2018